Hallo liebe Leute, große und kleine, es ist mal wieder Grafusdames. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt to craft the world. So, eigentlich wollte ich ja die Aufnahme beenden, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt so neugierig und ja, will das jetzt hier schon wissen. So, ich starte hier jetzt einfach mal eine Attacke und mache dieses Schild hier weg. Mal schauen. Oh Mist, ist der jetzt weggelaufen, wenn ich da hier angeklickt habe? Das war jetzt hier auch nicht so gut. Ja. Wieso kommt die jetzt nicht hier hin? Oh, ja. Jawohl, ich habe das Portal gemacht. Im Prinzip hättet ihr einfach so durchgehen können. Okay, der brutzelt hier schon mal fleißig vor sich hin. So, das müsst ihr jetzt die anderen auch tun. Jawohl, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Wow. Gemeinschaftsplit. Ach, weil das ist ein bisschen größer. Ja, geht doch ein bisschen was runter. Springt auch ein bisschen rum oder erwischt ihr nur einen? Ne, der müsste mehr erwischen. Und der schießt schon mit seinem Bogen. Ähm, Moment. Bogenschütze. Äh, Bogen. Da, hier. So, du sollst die benutzen. Die machen ja mehr Schaden. Ach, schön. Ja, langsam, aber doch geht das alles ein bisschen runter. Natürlich wäre besser, wenn die alle den besten Sauerstab hätten. Aber was soll's? Jawohl, brutzelt, brutzelt, sag ich da nur. Ich weiß nur drauf, dass da... Oh, da stirbt bald einer. Ja, der läuft jetzt natürlich auch ein bisschen weg. Weiß gar nicht. Regenerieren die sich auch wieder? Äh, wahrscheinlich. Man, sind die immerhin untote. So, los gibt keiner. Oh, wow, 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 wow. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, und seht ihn euch an. Hm? Mit das einem Steintolk versucht ihr da das Ding abzubauen. Ah, was soll ich dir gleich in die Fresse treten? Also wirklich. Mir fehlt eine Brust. Was sind die Schuhe? Junge, wo bist du gestorben? Wieso wird das nicht ins Lager getragen? Irgendwie hat's da was. Das Zeug verschollen? Hm. Jetzt bekommst du auch den Rucksack. Ich schieße immer gleich drei Pfeile auf einmal. Und er lädt zwar drei Pfeile auf einmal. Irgendwie stirbt sich keiner. Ich glaub, bevor es so weit ist, laufen die weg und regenerieren. Aber die kommen ja eh wieder zurück. Da geht einer gut runter. Der hat jetzt nur mehr ein Herz. Keine Ahnung, aber irgendwie... Ah, der hätte nur mal ein halbes. Na gut, der kommt wahrscheinlich eh wieder vorbei. Ich regenerier die ruhig. So schnell. Wahrscheinlich, wenn die da einmal die Runde laufen, sind die wieder voll. Aber ich glaub, der Plan hier geht auch nicht auf. Da, der hat nur mal eineinhalb. Jetzt läuft er weg. Ja, leider sehe ich dann seinen Lebensbalken nicht mehr. Aber es ist ein paar mit Lower Bay, die jetzt auch wieder zurückkommen. Keine Ahnung, vielleicht ist das nur eine ewig lange... Aktion, jetzt hier auch... Oh, da ist einer gestorben. Oh, da sind schon ein paar gestorben. Okay, die werden eh weniger. Oh, wieder einer gestorben. Ja, jetzt fangen sie an zu sterben. Sehr schön. Junge, gib's auf. Kämpf lieber mit. Da, deiner Spitzhacke, das ist scharfst du. Okay, boah, echt schade, dass ich da kein Zauber reinwirken kann. Die würden so schön kompakt stehen, da ein paar Mal Vollball rein. Und die werden Geschichte. Ja, ich lasse sie jetzt hier einfach weiter draufballern. So. Was hat mir hier eigentlich gefehlt? Wieso habe ich hier... Ach, das Quarzteil hat mir gefehlt. Das hier. Hm, habe ich das hier irgendwo sonst noch? Dann würde ich das so abbauen. Ein bisschen noch rauszogen. Man sieht eher nicht so aus. Ich werde eh nicht angegriffen. Wenn, dann würde ich eh die Mellung bekommen. Ja, auch nur so ein Bild. Das noch mit Rädel liegt jetzt hier plötzlich. Das will ich ja natürlich haben. Hm. Scheint nicht so, als wenn da irgendwo noch so ein Quarzteil wäre. Überall nur der Pilz oder dieses Rote. Hier wäre eins. Das einzige bis jetzt. Ach, da haben wir jetzt mal ein paar was aufgesammelt. Ja, so viel sind sie jetzt gar nicht mehr. Wenn die mal alle weg sind, dann kann ich eh da rein. Oh. Ach, hätte ich gleich ehrlich gesagt irgendwie so machen können. Die lassen Stoff fallen. Ja, jetzt laufen die wenigstens nicht mehr so weit weg. So, bald haben wir's, bald haben wir's. Ja, ja. Jetzt sind ja nicht mehr so viele. Wie ich schon mal war. So. Ja. 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 Habt ihr euch gehört. Ähm. Auch so ein Erfolg, wenn man den Sack of Farb kaputt gemacht. Oh, okay. Sind bald da den nächsten dort. Sehr schön. Äh. Die Frage ist, wo sind jetzt alle? Ach so. Ach so. Ja, klar. Ihr räumt jetzt hier mal die Pfeile weg, die der da die ganze Zeit herstellt. Hast du noch viel zu machen? Ja. Ein paar noch. Kann ich das, ehrlich gesagt, ähm, wenn ich mich jetzt im Nachhinein entscheide und ich will doch nicht so viel machen, kann ich das nicht mehr rückgängig machen? Nee. Geht nicht. Ja. Im Prinzip müsst ihr da jetzt nicht alle helfen. Wo gehst du jetzt wieder hin? Ist vielleicht da hinten einer gestorben? Ist ja wieder einer ertrunken? Ja, keine Ahnung. Wo, wo ist denn die mit Rillbrust hingekommen? Ich hab doch jedem eine gegeben, oder nicht? Hm. Ja. Da liegt ne Leiter, da sind die Idioten. Und die ist hier nicht ganz... Ach du Scheiße. Das wird hier auch noch Hardcore werden. Vor allem da steht der auf der Seite. Das ist ganz scheiße. Uh. Jawoll. Toll, jetzt ist nur mehr einer hier. Oh Mann. Vielleicht jetzt dürfen sie ja wieder weiter vorgehen. Hm. Vielleicht kann ich jetzt das Ding da hin bauen. Äh. Nein. Das ist ja hier drin. Aber da geht das nicht, weil das bei der Decke ansteht. Obwohl es... Scheint zu klappen. Jetzt kommt aber jetzt keiner. Ja. Ah. Da kommt er schon. Super. Ah. Der ist auch bald tot. Sehr gut. Jetzt hilft er wieder. Okay. Da kommt jetzt der. Oh. Okay. Jetzt kommen wieder alle. Aber wahrscheinlich ist der jetzt da fertig mit seiner... Ne. Der arbeitet hier immer noch. Keine Ahnung. Sehr gut. Ja. Na klar. Jetzt greift der da wieder in den Kampf. Oh. Oh. Schnell zurück. Nein. Nein. Bitte töte ihn nicht. Ja. Mach doch gar nichts. Mach das Schild hier wieder hin. Da ist jetzt wieder ein kleiner gespawnt. Ja. Viele sind jetzt nicht mehr hier. Das ist... Puh. Ja. Wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Ich muss jetzt mal alle schlafen schicken. Ja. Wähle Zwerg. Du nicht. Schlafen. Schlafen. Auch nicht. Schlafen. Du auch. Ja. Okay. Du bist eh voll. Gut. Du bist der Arbeiter. Schlafen. 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 Gut. Du schläfst schon. Du schläfst auch schon. Gut. Jetzt haben wir eh schon alle durch. Super. Okay. Lassen wir sie mal... Oh. Scheiße. Nichts zu essen. Nichts zu essen. Ihr fresset mir echt schon die Haare vom Kopf. Wisst ihr das? Ihr fresset mich hier. Ähm. Dann gibt's nochmal Fisch. Und weil ich ja nicht so'n Arsch bin, gibt's die restlichen 6b auch noch. Also wird sie zuerst erwischt. Hat gewonnen. So. Oh. Ich glaub, er ist fertig, oder? Nein. Hat immer noch 71 zu bauen. Okay. So. Ihr dürft wieder raus, meine Freunde. Ihr dürft wieder raus. Ach. Machen wir das Dach doppelt so lang. So. Jetzt steht er leider zu weit vorne. Ach. Verdammt. Okay. Das ist wahrscheinlich nur, weil der Kleine hier war und ihn gesehen hat. Normal müsste er mich jetzt auch wieder sehen. Ja. Es brutzelt noch ein bisschen. Wenigstens ein bisschen noch. Die Bahn noch weg. Und dann stürmen wir hier eh schon rein. Ja. Wird das wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Mist. Ja. Er kommt jetzt immer mit vor, aber wir leben noch mehr 2. Es wär ja auch nicht mehr so viel. So. Ähm. Zwerg auswählen. Ähm. Lassen wir jetzt auch alle schnell. Regenerieren. Und dann würde ich sagen, ich scheiße jetzt drauf und stürme jetzt einfach rein. Also. So. Alle, die low sind, sind eh grad am schlafen. Okay. Ähm. Was wir jetzt dann noch machen. Ihr bekommt jetzt natürlich wieder die... Stärk... Ah, du bist ein Magier. Eigentlich sollte ich dir einen besseren geben. Da du ja sowieso den Magier-Skill hast. Und von Haus aus schon mal... mehr Schaden machst. So. Gut. Denn mit diesen Waffen macht ihr natürlich mehr Schaden. Das ist ja klar. Weil sie einfach besser sind, die Waffen. So. Du bist eh Magier. So. So. Und das hier. Du bist Magier-Bogenschütze. Hast aber auf Bogenschütze einen höheren Skill. Das passt. Du bist ein Jäger. Irgendwie habe ich keine Waffe mehr. Ja. Ja. Du bekommst da einen Bogen. Du hast schon da einen Zauberstab. Zwar einen schlechten, aber egal. So. Ja. Du bist dann leider schwach ausgerüstet. Das heißt... Ich mach dann jetzt irgendeine Brust. Das Beste, was ich sonst noch anbieten kann, wäre Gold. Ja. Dann bekommst du halt immerhin das da. So. Boah. Jetzt kommt's zuerst. Ihr habt doch alle Stahlhelme nur auf. Bis auf ein paar Ausnahmen haben die schon einen Mitrilhelm. Wieso habe ich denn dann nicht wenigstens einen Goldhelm gemacht? Das können wir auch gerne sagen, oder? Mein Gold hätten wir ja mehr als genug eigentlich. Scheiß. Da machen wir einfach 10. Auch wenn das jetzt ein bisschen zu viel ist. Ist jetzt auch schon egal. So. Ihr dürft eh nicht raus. Das heißt, ihr müsst jetzt eh da mal alles herstellen, was ich so hergestellt haben will. So. Der ist immer da noch am Pfeile bauen. Und was ich dann noch mache. Das müsste ja auch jetzt sein. Wo ist denn das? Dieser Schleifstein. Da. Das gebe ich dann auch allen Nahkämpfern rein. Denn dann macht man ja auch mehr Nahkampfschaden. Normalerweise, oder? Wo ist denn das Teil jetzt? Äh... Ich glaub schon. Ja. Er hat die Effizienz der Schwertkampffähigkeit. Das heißt... Ah ja. Schwertkampf. Gilt das dann auch für... Hm. Das ist die Frage jetzt. Ja. Für den Kolben gibt es sowas nicht. Na ja. Wahrscheinlich. Aha, die können dann Feuerbälle erzeugen. Interessant. Das wäre natürlich auch mal ein Versuch wert. Ob das dann besser ist oder schlechter. Ich mein, wenn es das Ding schon gibt, dann muss ich es ja irgendwie einen Vorteil auch haben. So. Gut. Baut meine Leute. Baut. Ja. Fünf Minuten haben wir noch in dieser Folge. Wahrscheinlich wird es einen finalen Sturm jetzt in der nächsten Folge geben. Ja. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich habe ja gesagt, in der letzten Welt will ich das haben. Dass man da die zwei Pyramiden clearn. Und ein bisschen Zeit müssen wir ja auch noch vertreiben, bis dann endlich die vierte Welt kommt. Ich hoffe, das dauert dann nicht so lange, dass die hoffentlich in naher Zukunft dann erscheinen mag. So. Da gibt es noch einen Fisch zum Futtern. So. Okay. Oh. Ah, ich wollte es schon sagen. Die Rüstung hast du aber schon gebaut, oder? Nein, noch nicht alles. Aber den letzten Typ, da können wir wenigstens jetzt mal die Goldrüstung... Oh, du hast doch noch diese Schuhe an. Ihr habt es uns alle mitreden. Okay, dann bekommst du auch noch Goldschuhe. So. 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 Und so. Hallo? So. Und dann machen wir noch gleich ein bisschen mehr Goldbahren. So. So. Gut. Ich sollte fast eine zweite Schmiede bauen. Wäre wahrscheinlich kein Fehler. Am besten irgendwo da unten. Ja. Obwohl, der ist jetzt eh schon bei der Rüstung. Er ist dann eh recht schnell. So. Genau. Trag den Schuh weg. Aha. Jetzt baut er abwechselnd alles, glaube ich mal. Ja. Jetzt baut er wieder mal einen Helm. Dann wieder einen Schuh. Und dann wieder Pfeile. Aha. Okay. Und zwischendurch mal einen Baren. Jetzt bist du wieder Pfeil wiederkommen. Jawohl. Okay. Ja. Gut. So kann man es natürlich auch machen. So wird alles gleichmäßig hergestellt. Und man muss nicht ewig auf irgendeine Ware warten. Also macht das wirklich schön abwechselnd. So. Schmiedskill wurde erhöht. Ja. Müssen wir jetzt ein bisschen nebenbei halt ein bisschen warten. Was soll's. So. Ja. Hier leben dann noch mehr zwei große. Die kleinen sind ja eh kein Problem. Die sind gleich tot. Oder so wie hier. Zack. Habt ihr es gesehen schön. Ja. Schade, dass der nicht so weit schießen kann. Ich glaube, das ist gerade mal eine Reichweite. Warum ist denn das kaputt gegangen? Huh. Und wie viel Garn die fallen lassen? Und Stoff. Na, ich weiß nicht, ob ich diesen Mumienstoff haben will. Ich meine, der ist ja total versifft. So. Wie sie alle hinstürmen wollen, wenn irgendwas fertig ist. So. Fangen wir da mal an mit Helmausstattung. So. Gut. Das ist sowieso besser. Ich brauche das nicht. Wahrscheinlich. Ich habe gesehen, es gibt einen Erfolg für 14 Zwerge haben. Aber nichts mit 15. Wahrscheinlich kommt das dann danach. Wenn man den 14. hat, gibt es wahrscheinlich einen Erfolg, dass man 15 Zwerge haben kann. So. Gut. Du hast alles. Die habe ich den Zauberstaub auch gegeben. Eine andere Waffe habe ich leider eh nicht für dich. Obwohl der Bogen wahrscheinlich mehr Schaden macht als dein. Der macht 15. Und der schwere Bogen macht 43. Und dann kommt natürlich noch der Pfeilschaden dazu. Das sind doch mal 40. Na, da gebe ich dir lieber den Bogen rein. Egal. So. Okay. Das ist automatisch ausgewählt. Es sind doch alle topfit. Und es haben jetzt alle Rüstung an dir. Kann ich dann jetzt das noch geben. Und dann sonst habt ihr eh alle was in euren zweiten Slot. Okay. So. Hast du noch viel zum Herstellen? Denn dann würde ich gerne mal Angriff. Da fehlen noch 10. Und da fehlt auch noch nicht mehr Fehl. Okay. Warte ich das Sicherheitshalber? Was habe ich jetzt hier angeklickt? Nein. Hör auf. Monsterwelle kommt in 10. Ähm. Soll ich es wagen? Soll ich es nicht wagen? Okay. Sie laufen ja schon mal rein. Ach scheiß drauf. Rein mit euch. Ach nein. Nochmal zurück. Ich bin ja auch ein Idiot. Wenn ich das schon mache, sollte ich natürlich die Schilder weg machen. Ach Gott. Ich bin ja auch dämlich. Ah. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein paar Schlafe schicken, oder? Ah. Mist. Ich habe jetzt voll auf die Schilder vergessen. Okay. Es hat nur 2 erwischt, so wie es aussieht. Du schläfst schon. Okay. Hat nicht so viel erwischt jetzt. Okay. So. Sie dürfen die Unterkunft nicht verlassen. Aber ich kann trotzdem schon mal sagen. Greif den an. Nein. Ach. Das will doch keiner. Achso. Der ist eh schon markiert. Dann würde ich sagen. Boah. Ich hoffe das haut hin und die sterben jetzt nicht weg wie die fliegen. Los gehts Jungs. Okay. Okay. Es kommen mal ein paar raus. Mehr mehr mehr. Jawoll. 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 Baby. Dötet ihn. Dötet ihn. Dötet ihn. Dötet ihn. Oh. Da läuft eine Schlecke rum. Nein. Bitte keiner sterben. Jawoll. Baby. Wuhu. Wir haben es geschafft. We are the champions. We are the champions. We are the champions. So. Darf man das Ding hier abbauen? Wahrscheinlich eher nicht. Oder? Äh. Konstruktion entfernen. Okay. Bin ich gespannt was da passiert. Oh Gott. Ich hoffe da hilft jetzt keiner raus. Weil dann. Wow. Da. Habt ihr es gesehen. Errungenschaft. Don't break her. Weil wir den Sarkophag abgebaut haben. Ja. Jetzt müsst ihr natürlich den ganzen Shit da mal wegräumen. Oh. Da haben wir jetzt natürlich viel zu tun. Und ich will da. Dort auch reinschauen. Was da drin ist. Ach geil. Irgend so ein Kristall ist ja auch dabei gewesen. Boah. Echt ein Arsch harter Kampf. Oder? Wo kommst denn du jetzt her? Na ja. Ach der spawned aus dieser. Statue. Oh. 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 gibt es auch ein erfolg der schade wenn ich dir jetzt abbaue sind die glaube ich kaputt oder ich weiß jetzt nicht schauen wir mal so da ist zu da ist zu da ist zu dann das her denn da gibt es auch ein erfolg wenn man da eine behausung den baut gut der mann mit der tür ist da und dann sagt mein schatz so da waren jetzt jede menge schade dass man den typen da nicht abbauen kann dann würde ich mal gerne da drüben in haus stellen und aufs dach damit jeder ist da ich bin der pyramiden bezwinger im prinzip hätte ich mal den scheiß ehrlich ersparen können jedem dann zauberstab in die hand drücken und geben los brutzellos würde ich dann sagen und sagt da habt jetzt ein pharo sehr gut ja was machst du in meiner hütte junge junge geheim toll das musste jetzt doch am ende der folge passieren oder wieso läufst du nicht ach so ja bin auch ein held er war daheim ja egal den erfolg habe ich dann würde ich sagen dass sie da entfernen oh man klar er war daheim ja wo hätte er hin sollen wenn er zu hause ist verständlich ja recht den ja gut wenn ich das jetzt seine sachen gerätet muss ich halt da paar minuten warten bis ich das wieder habe auch konstrukt entfernen das geht ja doch ok so seid ihr jetzt da oben oh scheiße jetzt kommt die zweite relle von hinten nein ich wollte die folge ja beenden ja beende ich dir einfach jetzt panik und ja 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 pyramide bezwungen jede menge goldmünzen trinken und andere shit war ein harter kampf jetzt muss ich schauen dass ich hier die ganzen wellen hier noch schnell besiege ohne dass ich da jetzt darauf gehe und dann würde ich sagen gehen wir gleich als nächstes die nächste pyramide an wir wissen ja jetzt wie es geht jeden sauberstab in die hand drücken und geben mal die monster massen dezimieren und dann einfach einstürmen ja ich hoffe es hat euch wieder gefallen fast ja lasst doch einfach eine bewertung da und schaut in der nächsten folge auch wieder rein also macht's gut ciao euer grafos